So, der Chef, der kommt eigentlich immer nur an, wenn irgendwas passiert, was nicht cool ist oder wenn irgendwas schiefläuft. Die meisten Menschen gehen, wenn sie denn überhaupt in solche Gespräche gehen, wenn sie ihnen nicht aus dem Weg gehen, in Gespräche unvorbereitet hinein. Das ist ja das größte Problem. Was passiert, wenn man dann nicht abliefert? So wie bei den meisten Handwerksbetrieben, wo man Sachen bespricht, Probleme anspricht, aber nachgelagert wird keine Veränderung angestrebt. Wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Leuten zuzuhören, dann werden sie irgendwann nicht mehr auf mich zukommen. Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk. Herzlich willkommen heute zu meinem Handwerksschmiede Realtalk mit einer reizenden Dame, die ich vor knapp einem Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre haben wir uns mal kennengelernt. Die liebe Hanna Panidis ist bei mir heute in meinem zweiten Online-Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist. Grüß dich Libor, ich freue mich auch. Hi Hanna, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich heute mit dir über Kommunikation zu sprechen und wie Handwerkschefs besser mit ihren Mitarbeitern kommunizieren können, sodass Sachen auch vernünftig ankommen. Wir kennen uns ja schon etwas länger und haben uns mal kennengelernt auf einer Veranstaltung vom lieben Felix Tönnesen und da habe ich gedacht, wow, was für eine coole Moderatorin, wie die das macht, wie die das Publikum ranzieht und habe gedacht, hey, das passt doch super zu uns. Und wir haben ja jetzt auch schon zwei Handwerkskongresse gemacht zusammen, einmal in Hamburg, einmal in Frankfurt. Nächstes Jahr stehen auch wieder zwei an, davon weißt du noch nichts, aber da kommen wir auch bald auf dich zu, denn wir lieben dich zusammen mit dir. Mein Team liebt, wie du das machst und ja, ich finde, du bist mega authentisch und es macht Spaß mit dir. Sag mir doch mal, wie hast du so die Handwerkschmiede, die letzten zwei Kongresse wahrgenommen und wir sind ja auch bei LinkedIn vernetzt und so, dass wir machen, wie nimmst du das so wahr? Also erstmal vielen lieben Dank für deine Worte, das freut mich gerade sehr, weil nur weil mir die Zusammenarbeit Spaß macht, heißt das ja nicht, dass es dem Kunden auch gefällt, umso mehr freue ich mich, dass ihr da so einen positiven Eindruck habt und auch, ja, so was die Einbindung des Publikums angeht und euer Team angeht, dass da von allen Seiten offenbar schönes Feedback kommt. Das ist doch zur Zufriedenheit aller. Ja, so und was die Handwerkschmiede angeht, ich meine, jetzt habe ich ja schon auch ein paar Kongresse moderiert und bin in verschiedenen Branchen unterwegs und kenne ja auch verschiedene Formate und es gibt eine Sache, die ich besonders herausstechend finde bei euch, das ist, man könnte es mit dem Überbegriff beschreiben, dass ihr einfach sehr nah an diesem Beruf dran seid und sehr nah an den Menschen dran seid. Ich kenne andere Formate, wo im Grunde einmal so ein Input gegeben wird, einmal auf der Bühne gestanden wird und eine Rede gehalten wird oder ein Thema vorgestellt wird und dann werden die Betriebe, ich will jetzt nicht sagen alleine gelassen, aber das ist so und jetzt setzt die Dinge bitte um. Ja, und bei euch nehme ich halt diese Begleitung wahr, so nicht nur zu sagen, das ist eine Beratung, sondern wir begleiten euch, wir geben euch den Input immer und immer wieder und verfolgen dann aber auch, was ihr damit macht, also lassen euch damit nicht alleine. Und diese enge Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben, die ist für mich bei euch so krass erkennbar und sichtbar und das halt vor allem auch vor dem Hintergrund, weil ihr ja selbst Handwerker seid größtenteils. Und diese Praxiserfahrung, ich glaube, die ist unheimlich wichtig und notwendig und auch hilfreich dann für die Betriebe, weil sie halt nicht einfach von einem Coach sich etwas anhören, sondern sie hören sich von jemandem etwas an, der das selbst erlebt hat oder teilweise vielleicht gerade auch noch erlebt. Und insofern ist das sehr praxisnah, es ist nahbar auch im Sinne von, dass ich das annehmen kann und vielleicht auch will und dass ich halt so diese dauerhafte Begleitung bekomme, das finde ich halt, das ist wirklich großartig. Ja, das ist auch unbedingt von Nöten. Also wir Handwerker, wir sind ja so eine ganz spezielle Art von Menschen, die alles ja selber sehr gerne alles selber machen und ich muss alles selber und es muss alles über mich laufen. Ich habe vor fünf Jahren das erste Mal erkannt, dass ich meinen Betrieb gar nicht richtig führen kann, indem ich alles selber mache, sondern ich auch Verantwortung abgeben muss, delegieren muss. Vor allen Dingen musste ich aber auch lernen, wie man richtig kommuniziert. Also wie ich Mitarbeiter mit in meinem Band ziehe, wie ich Mitarbeiter ja dahin bekomme, sodass sie auch die gleichen Ziele einzahlen und auch für den Betrieb sehr viel geben. Und darüber werden wir ja heute etwas sprechen. Aber genug von der Handwerksschmiede. Erzähl doch mal etwas über dich. Wer bist du? Was machst du? Und worum bist du die Expertin? Also was ich mache, wenn ich nicht gerade Kongresse der Handwerksschmiede moderiere, was ich sehr gerne mache und offenbar nächstes Jahr möglicherweise auch noch das ein oder andere Mal, bin ich allen voran Trainerin für respektvolle Kommunikation. Also ich habe mich mein Leben lang mit Kommunikation befasst, war in der Unternehmenskommunikation tätig, war Pressesprecherin und habe mir aus der Unternehmensperspektive erst mal das Thema Kommunikation und Führung angeschaut. Und jetzt in der Zwischenzeit bin ich da ähnlich wie ihr auch beratend unterwegs und berate eben Unternehmen, ganze Teams, Führungskräfte, all die Menschen, die eben auf mich zukommen und da einen Bedarf haben. Bei genau dieser Frage, nämlich wie können wir ein bisschen respektvoller miteinander umgehen, wie können wir auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren, dass wir gemeinsam an unseren Themen arbeiten können, dass wir unseren Zielen näher kommen, dass die Menschen, und das ist wahrscheinlich in eurer Branche auch ganz zentral, Thema Fachkräftemangel, dass eben auch gute Leute zu uns in den Betrieb kommen wollen und dass die eben nicht nur kurzfristig dann da bleiben, sondern dass wir die langfristig auch halten können. Und dieser Wert Respekt, der ist aus meiner Sicht das ganz zentrale Puzzleteil, weil in dem Moment, in dem wir auf Augenhöhe miteinander umgehen können und respektvoll miteinander sind, haben die Leute auch Bock Gas zu geben, die haben Lust mitzuwirken, die wollen einen Beitrag leisten. Und wenn das Ganze halt nicht stattfindet und man sich gegenseitig immer wieder verletzt im Alltag oder dann vielleicht halt auch ein bisschen robuster mal kommuniziert, was ja durchaus sein darf, aber halt trotzdem auf Augenhöhe, dann ist das ganz, ganz wichtig. Hast du da einen ganz speziellen Tipp, ja, wie so Handwerkschef, also Unternehmer, die im Handwerk unterwegs sind und eigentlich alles selber machen, noch nicht so groß sind und so fünf, sechs, sieben Mitarbeiter haben, so einen kleinen Tipp, wie sie authentisch oder auch glaubwürdig rüberkommen, sodass der Mitarbeiter sich wirklich gehört und verstanden fühlt. Also gibt es da so kleine Tricks, die man dort anwenden kann oder wie sollte man mit solchen Situationen dann auch umgehen? Also da stecken zweierlei Dinge drin. Das eine, du hast von Glaubwürdigkeit gesprochen. Ich glaube, dass Menschen und vor allem Führungskräfte, die dann vielleicht auch Teams haben, glaubwürdig sein müssen im Sinne einer Stimmigkeit. Also die brauchen sich nicht irgendwelche Tools anzueignen oder irgendwelche Methoden, sondern es geht vielmehr darum, dass man auch so ein bisschen sich selbst kennenlernt, seinen eigenen Kommunikationsstil kennenlernt und nicht sagt, nur weil irgendein Trainer jetzt gesagt hat, man muss so und so miteinander sprechen, das dann roboterartig oder mechanisch zu übernehmen. Davon halte ich gar nichts. Also im Grunde geht es im ersten Schritt mal darum zu sagen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was liegt mir? Welche Form auch der Kommunikation? Um dann zu sagen, wie kann ich es jetzt innerhalb meiner Art aufzutreten schaffen, dass Menschen sich gesehen fühlen? Und da ist eben der Respekt extrem wertvoll und hilfreich, weil, wenn wir den übersetzen, den Respekt, heißt es so viel wie einen Menschen sehen. Ja, also Respizere, Respekt im Lateinischen heißt, ich sehe dich. Und das ist ja genau das Gefühl, dass die Mitarbeitenden, egal wo du hinschaust, überall wollen und brauchen. Sie wollen gesehen werden, sie wollen respektiert werden, sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen mit dem, was sie einbringen und mit dem, wer sie sind, wollen sie wahrgenommen und ernst genommen werden. Und wenn das unser Ziel ist, um auf deine Frage zurückzukommen, dann geht es ja auch immer darum zu sagen, wie kann ich mich denn für diese Menschen mal ein bisschen interessieren? Weil Menschen fühlen sich ja nur dann gesehen, wenn man sich für sie interessiert, wenn man mal Fragen stellt, wenn man mal durch den Betrieb geht und nicht einfach sich selbst immer als den Wichtigsten, du hast gerade so ein bisschen die Einstellung beschrieben, ich bin der Wichtige und schaut alle, was ich tue und ich habe alles unter Kontrolle und ich bin der Chef hier, sondern auch mal zu sagen, hier sind doch viele andere Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da auch mal einen Blick darauf zu haben, ihnen Fragen zu stellen, Interesse zu haben und aufeinander zuzugehen. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass man, ja, du hast eben von Führungsstilen gesprochen. Es gibt verschiedene Führungsstile, man muss erst mal erkennen, okay, was für ein Stil passt eigentlich zu mir. Aber nur weil ein Stil zu mir passt, heißt es ja nicht, dass ich mit jedem Mitarbeiter auch in diesem Stil kommunizieren kann oder sollte. Sondern ich habe mittlerweile gelernt und wir haben auch bei der Handwerkschmiede gewisse Skripte so in Bezug auf, okay, was habe ich überhaupt für einen Führungsstil, um das überhaupt rauszufinden selber. Ja, auf welcher Ebene befinde ich mich überhaupt, auf welcher Kommunikationsebene befinde ich mich auch. Und ich habe mit den letzten Jahren einfach festgestellt, dass es von Mitarbeiter zu Mitarbeiter einfach verschieden ist, wie man mit gewissen Mitarbeitern zu kommunizieren hat. Wie finde ich denn das raus? Also ich weiß, das sind so ein bisschen spezielle Fragen, aber es ist wichtig für meine Zuhörer, vor allen Dingen für meine Handwerkszuhörer, zu verstehen, okay, es kommt nicht nur darauf an, wie ich führe, sondern okay, wie erkenne ich überhaupt, was habe ich eigentlich für ein Gegenüber da? Also wie kann ich quasi gewisse Sachen erkennen, um meinen Führungsstil vielleicht auch etwas anzupassen an den jeweiligen Mitarbeiter? Du hast im Grunde gerade den Kern von Respekt beschrieben, nämlich zu sagen, es kann nicht sein, dass wir eine Schablone haben oder ein 0815-Modell, wo wir sagen, das ist mein Modell, das ist mein Führungsstil und egal, wem ich jetzt gegenüber sitze, egal ob Mitarbeiter oder Kunde, ich wende immer genau das an. So bin ich eben, das hören wir dann irgendwie. Und dann fehlt die Bereitschaft, sich auch ein bisschen einzulassen auf den Menschen, der uns gerade gegenüber sitzt. Und da geht es halt genau darum zu sagen, nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen eine Kritik ansprechen oder wir wollen irgendwas ansprechen, was uns halt nicht passt, was jemand anderes verändern soll und darf. Dann gibt es Menschen, die sind vielleicht ganz schüchtern und zurückhaltend und für die ist Kritik, so nett und respektvoll man sie auch formuliert, immer etwas sehr Persönliches, immer etwas sehr, wo sie sich vielleicht selber in Frage stellen, wo sie auch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Bei solchen Menschen ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, ich kündige so ein Gespräch an, dass man sagt, lass uns doch mal nächste Woche eine Stunde zusammensetzen, ich habe ein paar Themen gesammelt, ich würde gern mit dir das mal besprechen und dir ein Feedback geben. Dann kann der andere sich darauf vorbereiten, weiß, okay, da kommt was, dann kann ich mich darauf einstellen und das Gespräch kommt dann auch zu einem guten Ergebnis, wohingegen andere Menschen sagen, du, das ist mir völlig wurscht, wie du das formulierst, ruf es mir einfach zu, ich kann damit umgehen, lieber direkt und ehrlich und frei raus, als dass wir uns jetzt da noch Zeit nehmen und groß drum rum. Also die brauchen vielleicht eher ein bisschen so die direktere Ansprechweise. Und da zu schauen und nicht so stark zu sein und zu sagen, aber so mache ich das und so sind es unsere Regeln und so ist es unser Fahrplan, sondern zu sagen, wir haben zwar Werte, an denen wir uns orientieren und das soll alles in einem bestimmten Rahmen stattfinden. Nämlich, dass der andere wirklich auch danach, naja, motiviert ist man nach einer Kritik vielleicht nie, aber zumindest bereit ist, das zu verändern. Und dafür muss man halt eben schauen, welchen Mensch habe ich vor mir? Ist das jemand, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, der braucht ein bisschen mehr Erklärung, auch was dir jetzt wichtig ist? Oder ist das jemand, dem rufst du das zu und der ist dankbar für ein kurzes Zwischentur- und Angel-Fiebdach? Ich habe auch die letzten Jahre, also für mich persönlich die Erkenntnis gehabt, früher war das so, dass ich, wenn alles gut lief, auch nie Gespräche gesucht habe und ab und zu mal so ein Lob irgendwie im Vorbeilaufen. Und ich habe immer nur Gespräche gesucht, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat das so den Drive genommen, so der Chef, der kommt eigentlich immer nur an, wenn irgendwas passiert, was nicht cool ist oder wenn irgendwas schief läuft. Und die meisten drücken sich davor, ja, schwierige Gespräche zu führen. Also wenn es jetzt alles gut ist, dann kann man natürlich auch schön loben, Gespräche suchen, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, ein Gespräch zu suchen, ja, wenn es um Leistungsprobleme geht, die Performance stimmt des Mitarbeiters nicht oder irgendwelche Konflikte im Team stehen an, dann überlässt man die Mitarbeiter ja oft ja auch sich selber. Wie kann man solche, ja, Gespräche vorbereiten, ja, wo man sagt, also mit sich selber erstmal ausmachen, nee, wie gehe ich damit um? Und wie bewahrt man in solchen Situationen auch Ruhe? Also so, dass man nicht aus der Emotion heraus quasi irgendwelche Sachen raushaut, sondern ja auch mal reflektiert an diese Sache rangeht. Also du hast gerade gesagt, viele Menschen drücken sich vor den schweren Gesprächen. Ich würde noch ergänzen, viele Menschen drücken sich auch vor dem Lob. Weil du hast gerade selber gesagt, eigentlich wird nur was angesprochen, wenn irgendwo ein Fehler erkannt wird, aber ja, nicht geschumpfen ist gelobt genug. Da würde ich gerne schon mal einhaken und zu sagen, das ist auch ganz wichtig, wenn Menschen sich gesehen fühlen wollen, dass man ihnen auch mal sagt, was sie gut machen. Und nicht im Sinne von einfach pauschal durch den Gang laufen und jedem zurufen, hey, du bist toll, du bist super, danke, dass ich dich habe, sondern mal ganz konkret zu formulieren, was ist denn der konkrete Beitrag des Einzelnen, was ihn so besonders macht. Also sich das ein wenig zur Gewohnheit machen. So, und dann können, glaube ich, Menschen auch besser mit der Kritik umgehen und mit den schwierigen Gesprächen. Und da, finde ich, hast du ein wichtiges Stichwort genannt, das die wenigsten beachten, nämlich die Vorbereitung. Die meisten Menschen gehen, wenn sie denn überhaupt in solche Gespräche gehen, wenn sie ihnen nicht aus dem Weg gehen, in Gespräche unvorbereitet hinein. Und dann passiert es natürlich viel häufiger, und es ist viel wahrscheinlicher, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass uns dann die Emotionen überkommen, dass wir vielleicht dann aus der Haut fahren, dass wir Dinge sagen, die wir hinterher bereuen, weil die entsprechende Vorbereitung gefehlt hat. Und wenn ich im Vorhinein schon einmal durchgehe, was sind denn die konkreten Dinge, die mich stören? Was ist das, was ich ansprechen möchte? Was ist auch die Konsequenz von den Dingen, die der Mitarbeiter tut, die für das Team oder für den Kunden oder für jemanden dann schwierig werden? Dann habe ich für mich schon mal einen konkreten Fahrplan. Und der, naja, er kann es nicht ganz vermeiden, dass die Emotionen hochkommen, aber zumindest ist das wie so eine Prävention. Und dann während des Gesprächs würde ich auf eine Sache ganz besonders achten, nämlich, dass wir immer konkret uns an Beispielen entlanghangen. Wir sind nämlich bei schwierigen Gesprächen ganz häufig dazu geneigt, Dinge zu pauschalisieren. Du kommst immer zu spät, du bist nie zuverlässig, ständig machst du das und jenes. Und da nicht immer so von Allgemeinplätzen zu sprechen, sondern zu sagen, du, letzte Woche gab es zwei Situationen mit einem Kunden, da bist du nicht pünktlich zu dem Gespräch gekommen. Und dann zu sagen, was hat das für eine Auswirkung für das Unternehmen, für den Kunden, für den Ruf, was auch immer das dann betrifft. Und dann ist man in ganz konkreten Beispielen drin. Und dann kann man von ganz konkreten Situationen sprechen. Das macht sehr vieles, sehr viel einfacher. Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass auch zum Beispiel Team-Meetings mittlerweile bei der Handwerkschmiede eigentlich täglich dazugehören. Also nicht jeden Tag irgendwie zwei Stunden Meeting, wo eh nur gar nicht konkret gesprochen wird, sondern wir zum Beispiel bei der Handwerkschmiede haben alle zwei Wochen ein großes Team-Meeting, wo einmal gesprochen wird, okay, was ist eigentlich passiert, was steht eigentlich noch an, was habt ihr gut gemacht, was ist jetzt nicht so gut gelaufen und so weiter. Aber wenn ich auch an meine Zeit zurück überlege, als ich noch rein nur der Handwerker war und einen Handwerksbetrieb geführt habe, ich habe, glaube ich, in sieben Jahren nicht ein Meeting mit meinen Mitarbeitern geführt. Und dann hatte ich vor fünf Jahren, habe ich das Buch gelesen, das Café am Rande der Stadt. Und da hat derjenige, hat dann erzählt von einem MMB-Meeting, eine Mach-mich-besser-Sitzung. Und das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich könnte man ja daraus ein richtig geiles Team-Meeting machen und auch sich das Feedback der Mitarbeiter einholen, auch Kritik einholen, wie man gewisse Sachen besser machen kann. Und wenn wir jetzt neue Partnerbetriebe bei uns haben und wir dann auf solche Geschichten eingehen, dann sagt man, Team-Meeting, nee, habe ich noch nie gemacht. Was interessiert mich das so nach dem Motto, die Mitarbeiter sollen das tun, was ich denen sage, sollen ihre Arbeit machen. Also wenn der Dachdecker ist, soll er vernünftig im Dach decken und alles andere hat er nichts mit zu tun. Für mich mittlerweile, ich habe die Einstellung mittlerweile, auch auf der Baustelle ist es so, hey, wenn du gute Arbeitsleistung bringst, also Balkon vernünftig abdichtest, einen Keller vernünftig abdichtest und du bist ein guter Mitarbeiter, dann zählt das trotzdem nur 50%. Weil das Ganze drumherum, wie du mit dem Team umgehst, wie du mit dem Team arbeitest, wie du deine digitale Bauakte ausfüllst, wie du mit dem Kunden sprichst und so weiter, sind so die anderen 50%. Wie wollen wir denn aber herausfinden, ob ein Mitarbeiter gut performt oder nicht und wie wollen wir auch herausfinden, wie haben wir Probleme in unserem Betrieb und dann habe ich mir dann gedacht, hey, okay, cool, dann lass uns mal so ein MMB-Meeting machen und ich habe das mittlerweile so aufgebaut, gibt es natürlich auch für unsere Partnerbetriebe, dass wir sagen, okay, jeder Mitarbeiter in so einem Team-Meeting, mache ich alle sechs Wochen, ja, es gibt quasi einmal im Quartal ein größeres Team-Meeting, das geht so zwei bis drei Stunden und dann so alle vier, also in der Mitte gibt es dann nochmal ein kleineres Meeting, wo man sich zusammensetzt, ein paar Sachen oder Neuigkeiten bespricht und ich habe das mittlerweile so implementiert, dass ich sage, hey, jeder Mitarbeiter bekommt von mir drei Karteikarten und auf diesen drei Karteikarten stehen drei Fragen, also auf jeder einer. Auf der einen steht, hey, was war gut, auf der anderen steht, was war nicht so gut und auf der dritten steht, was können wir besser machen. So, und dann gebe ich den Mitarbeitern fünf bis zehn Minuten Zeit und die sollen das quasi anonym ausfüllen, ja, so und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder breiten wir das hier auf unserem Tisch auf und besprechen diese Karten interaktiv, wo wir halt auch als Chef Sachen erkennen, die für uns eigentlich im Alltag gar nicht so erkennbar sind, aber wir bekommen Informationen, die relevant sind, um unsere Betriebe nach vorne zu bringen, unsere Mitarbeiter nach vorne zu bringen oder du sammelst diese Karten ein, hast dann bei zehn Mitarbeitern 30 Karten, verarbeitest das für dich und bringst bei der neuen MMB-Sitzung neue Lösungsansätze mit, damit deine Mitarbeiter ja nicht nur so dieses reine Gequatsche, ja, hast du super gemacht und wir müssen das und das ändern. Das ist ja das größte Problem, dass die meisten sagen, hey, ja klar, verstehe ich total und wir werden das auch ändern und ich mache das auch fertig und nachgelagert sieht der Mitarbeiter, hey, da passiert aber auch gar nichts. Wir ärgern uns aber dann darüber, dass Mitarbeiter dann doch nicht so performen, und wie sie performen sollten, obwohl wir nicht abgeliefert haben. Ja, und diese Erkenntnis, also in der Entwicklung LIBO von Handwerker zu Unternehmer mit mehreren Unternehmen, war diese Entwicklung eines der größten Game Changer für mich, quasi diese Informationen der Mitarbeiter zu bekommen und dann aber auch abzuliefern. Was passiert, wenn man dann nicht abliefert, so wie bei den meisten Handwerksbetrieben, wo man Sachen bespricht, Probleme anspricht, aber nachgelagert wird keine Veränderung angestrebt. Ist das nicht logisch, dass der Mitarbeiter sich dann nicht verstanden fühlt und nicht ernst genommen fühlt? Ja, absolut. Also das eine, den einen Punkt, der mir einfällt, ist, viele Menschen wollen ja expandieren und größer werden und noch mehr unternehmen und immer mehr und mehr, aber die persönliche Entwicklung wird so ein bisschen vernachlässigt. Ja. Und dann werden auch solche Fragen gar nicht gestellt, dann werden weder Praktikanten noch Auszubildende noch, ich sag mal, einfache Mitarbeiter einfach nicht in solche Entwicklungsprozesse einbezogen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler. Ich glaube, wir können nicht nur von den CEOs, von den Chefs, von den Geschäftsführern etwas lernen, sondern allen voran von den Menschen, die tatsächlich im Geschäft sind, die am Kunden sind, die auf der Baustelle sind. Das sind die Menschen, die jeden Tag sozusagen die Praxis sehen und die Dinge einfach sehr gut beurteilen können. Und das ist, finde ich, auch eine sehr wichtige Aufgabe einer Führungskraft und auch eines Inhabers, zu sagen, meine Sicht auf die Dinge ist doch beschränkt. Das kommt alleine schon von meinem Aufgabenfeld her. Und je höher ich in der Hierarchie, sag ich mal, bin, desto weniger bin ich ja in der Praxis dann tatsächlich am Werk. Ja. Und umso mehr brauche ich ja die Menschen um mich herum, die mir immer wieder sagen, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo können wir was verbessern. Und das hat auch sehr viel mit Demut zu tun, also zu verstehen, ich bin hier zwar der Chef, aber ich weiß halt nicht alles. Ja. Und das gestehen sich sehr wenige Menschen überhaupt ein, zu sagen, dass ich angewiesen auch bin auf die anderen und dass nur durch den Input von den anderen ich auch persönlich besser werden kann. die Erkenntnis zu haben und das war auch eine der krassesten Erkenntnisse bei mir in den letzten Jahren. Ich habe mich persönlich die letzten vier Jahre mehr entwickelt in der Persönlichkeitsentwicklung wie die letzten 15 Jahre zuvor, wenn ich ehrlich bin. Die größte Erkenntnis war, dass ich nicht alles können muss, ja, ich treibe voran, ich sitze um und ich habe meine Ideen und kann meine Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen, aber dass Mitarbeiter an gewissen Stellen im Unternehmen Sachen sogar besser, besser Sachen machen müssen als ich, ja, also dass die gewisse Sachen noch besser sind als ich und das fördere ich es durchaus auch, dass sie noch besser sind, weil ein Unternehmen ohne Mitarbeiter gibt es kein Unternehmen und am Ende sind ja die tragenden Figuren eines Unternehmens immer die Mitarbeiter und darum geht es ja quasi, ja, nicht nur gutes Geld zu bezahlen, ja, sondern vor allen Dingen auch in so ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo Mitarbeiter gerne jeden Tag hinkommen, also ich kann mich noch an meine Zeit als Angestellter erinnern, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, denke ich mir, hey, mein Chef war eigentlich ganz cool, aber damals, als ich Angestellter war, habe ich gedacht, hey, der ist überhaupt gar nicht cool und der fördert uns überhaupt nicht, der kommuniziert gar nicht richtig mit uns, jetzt nachgelagert, wo ich selber Chef bin, Unternehmer bin, verstehe ich, warum er teilweise so gehandelt hat, aber die Kommunikation war einfach, ja, wie soll man sagen, wir sind ja hier im Realtalk, die war nicht gut, ja, ich möchte heute keine Schimpfhörter nutzen, weil du da bist, normalerweise, wenn ich hier die Handwerker sitzen habe, reden wir noch ein bisschen anders, aber heute reiße ich mich ein bisschen zusammen und das ist, das ist, finde ich, das ist, ein ganz, 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 ganz krasse Erkenntnis, die man als Geschäftsführer haben muss, egal ob du jetzt nur drei Mitarbeiter hast oder 30 Mitarbeiter, ja, die Mitarbeiter sind diejenigen, die deinen Betrieb vorantreiben, du gehst natürlich an die Front und treibst das Ganze voran, ich habe immer so, ich verbilde hier immer viele Sachen und ich sage immer, bei mir ist das so und es gibt viele Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, eher von außen, die sagen, der Libo hat sich die letzten Jahre krass verändert und ist total und macht Pierdickbusiness und so weiter und so fort und ich habe so überlegt, hey, habe ich mich tatsächlich verändert und ich habe so, ja, eine Handvoll richtige Freunde mit, ne, ab einem gewissen Alter bekommt man ja nicht immer täglich neue Freunde, sondern hat seine langjährigen Freunde und da habe ich tatsächlich meine Freunde gefragt, so, hey, habe ich mich verändert? Ja, menschlich hast du dich nicht verändert, natürlich als Unternehmer hast du dich verändert und dann ist mir bewusst geworden, die Menschen, die wirklich sagen, ich habe mich verändert, sind die Menschen, die mich ja nur von außen beobachten, ja, und damit haben die ja wahrscheinlich gar nicht so unrecht, dass ich mich verändert habe in Bezug auf, ja, diese Person, ja, und ich habe immer gesagt, hey, ich habe das immer so, ich habe mich doch gar nicht verändert, was will der jetzt so von mir? Bis ich dann erkannt habe, hey, seiner Ansicht nach habe ich mich verändert und das ist auch gut so, dass ich mich verändert habe, weil ich habe ja meine Bubble, ich habe meine Menschen um mich rum, wo ich mich wohlfühle und die Menschen, die mir tatsächlich wichtig sind oder den Menschen, denen ich wichtig bin, die werden mir schon sagen, ob ich mich, ja, charakterlich, menschlich verändern werde und das selber für sich zu reflektieren, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Kommunikation zu tun, aber so mit Selbstreflexion war auch ein entscheidender Punkt, ja, um Betriebe aufzubauen, wo Menschen gerne zur Arbeit kommen und gerne für mich auch arbeiten, ja. Jetzt ist es natürlich so, liebe Hannah, dass wir verschiedene Charaktere haben im Unternehmen, ja, wir haben ja so die zurückhaltenden Leute, wir haben ja die Leute, die nach vorne brechen, nach vorne wollen, wir haben auch so Charaktere, die so ein bisschen narzisstische Veranlagung haben, womit man mit umzugehen weiß, aber trotzdem super Mitarbeiter sind, wir haben Mitarbeiter, ja, die so ein bisschen nur nach 0815 arbeiten, einfach nur ihre Arbeit machen, wir haben Mitarbeiter, die überperformen und so weiter, wie kann man diese Menschen so etwa, ja, aus sich rauslocken, also Menschen, die nach vorne preschen, sagen immer ihre Meinung, aber die Menschen, die tatsächlich Probleme haben, die halten sich eher zurück, weil sie halt keine Konfrontation wollen, ja, oder gar nicht so auffallen wollen, wie geht man mit solchen Menschen um, oder wie kann man die so ein bisschen aus der Reserve locken, und sagen so, hey, ich bin offen dafür, und du kannst mit mir über solche Sachen sprechen. Ja, das hängt ja spannenderweise miteinander zusammen, weil häufig sind diejenigen, die sehr dominant sind und vielleicht auch sehr selbstbewusst, die schüchtern ja dann oftmals auch diejenigen ein, die sowieso ein bisschen Schwierigkeiten haben und eher introvertiert sind, und wenn wir jetzt mal an so eine Situation denken, wie bei euch im Team-Meeting, sage ich jetzt mal, und da ist jemand dabei, der sich immer als erstes zu Wort meldet, der viele Redebeiträge hat, der vielleicht auch, gibt es ja auch Menschen, die einfach zu viel reden, die dann auch ohne Punkt und Komma reden und auch gar nicht mehr aufhören, und dann ist da vielleicht jemand, der hätte auch eine Idee oder einen Beitrag, aber der wird dann, meine Eigenschaft ist ein starkes Wort, aber zumindest nicht animiert, sich da zu integrieren, und ich glaube, da hat so jemand, der so ein Meeting führt, es muss gar nicht die Führungskraft sein, es kann der Verantwortliche sein, der eingeladen hat zu dem Meeting, hat da eine gewisse Verantwortung in meiner Perspektive, zu sagen, dass ich das ein bisschen gleichmäßig verteile, also in dem Moment, in dem ich erkenne, dass jemand dieses Meeting übernimmt, die Gesprächsführung sozusagen an sich reißt und das auch immer und immer wieder tut, auch wenn andere sprechen und immer wieder das Gespräch auf sich bezieht, dass man da eben schaut, bewusst ist, ein bisschen einzubremsen und zur Not, muss man tatsächlich sagen, auch zu unterbrechen und sich zu bedanken für den Redebeitrag und dann die anderen bewusst auch anzusprechen, also bewusst zu integrieren und zu sagen, hey, du warst doch gestern da bei dem Kunde X, was hast du erlebt, was sind denn deine Erfahrungen, was ist deine Perspektive, also Menschen bewusst anzusprechen und dann, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, du hast gerade gesagt, so einen sicheren Raum auch dafür zu schaffen, weil ganz oft haben wir gerade als Führungskräfte die Erwartung, und das ist wichtig, die Erwartung, dass die Menschen sich doch mal öffnen und dass die mal Ideen einbringen und dass die mal Feedback geben, aber wenn sie das tun, dann reagieren wir auf eine Art und Weise, die den anderen nicht dazu animiert ist, jemals wiederzutun, ja, also wenn uns als Chef jemand ein Feedback gibt, vielleicht auch mal mit was Unbequemen, wo man sich mal anhören muss, dass man da vielleicht nicht gut reagiert hat und sich dann sofort rechtfertigt dafür und zu sagen, oh, das war doch gar nicht schlimm oder da war ich halt im Stress, jetzt bewertet es doch nicht über, wenn man das ein paar Mal macht, dann sind auch die Menschen nicht mehr motiviert, sich wiederzumelden. Und das ist so ein Zeichen immer für mich als Führungskraft, egal in welcher Branche, egal in welchem Rahmen ich mich bewege, wenn es so ganz ruhig um mich geworden ist und sich keiner mehr meldet, weder mit Ideen noch mit Feedback noch mit sonst was, dann hat es sehr viel auch damit zu tun, was für eine Atmosphäre ich schaffe und natürlich auch, ob ich ein guter Zuhörer bin, ja, also wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Leuten zuzuhören, dann werden sie irgendwann nicht mehr auf mich zukommen. Diesen Zusammenhang muss man akzeptieren. Am Ende ist es ja auch so, klar, nicht alles, was der Mitarbeiter sagt, hat einen krassen Wert oft für den Chef, der muss ja auch nicht haben, aber es gilt ja noch mal respektvoll damit umzugehen, egal was jemand sagt, egal ob es total wertvoll gerade in dem Moment ist oder vielleicht nicht so wertvoll in dem Moment ist, trotzdem respektvoll damit umzugehen und zu sagen, hey, finde ich super, mach mir mal Gedanken und dann sprechen wir noch mal darüber. Also diese Wertschätzung, weil viele immer sagen so, ja, was heißt denn Wertschätzung? Ja, ich gebe dem doch schon mehr Geld, als der irgendwo anders bekommen würde, aber Geld hat überhaupt nichts mit Wertschätzung zu tun, ja, oder für mich heißt Wertschätzung halt, also so sehe ich das und so habe ich die Erfahrung gemacht, Mitarbeiter, die bei mir vor vier Jahren angefangen haben, als duale Studenten und mittlerweile jetzt nach vier Jahren Gehälter haben, die ja wirklich sehr hoch sind und Verantwortungsbereiche auch haben und denen eine Möglichkeit auch zu geben, in meinem Betrieb mitzuwachsen, nicht nur, ja, monetär, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt für mich vor allen Dingen Wertschätzung, Mitarbeitern Sachen neu beizubringen, Mitarbeiter zu entwickeln. Wir haben hier Coaches im Betrieb, die sind 26 bei der Handwerksschmiede, die haben schon über 400 Handwerksunternehmer begleitet, ja, also was der für eine Erfahrung für sich mitnimmt, nicht nur während er bei mir arbeitet, sondern auch für seine spätere Zukunft, die Erkenntnis auch zu haben und die Mitarbeiter vergessen ja auch oft sowas, weil das alles ja ganz normal wird, ja auch ganz oft, ja, wir Menschen, wir gewöhnen uns an Sachen, so und für mich ist es so und ich bin, ja, in einem normalen Haushalt groß geworden, mein Vater Gesenkschmied war mit drei Kindern in einer 70 Quadratmeter Wohnung in einer kleinen Postsiedlung und dann hat es nichts gefehlt und man, ich denke immer wieder dran zurück, was mittlerweile, ja, ich geschaffen habe mit meiner Frau und auch was meine Kinder mittlerweile haben, wie wir leben, die haben ein eigenes Zimmer, das hatte ich mein Leben lang nicht, ja, die haben noch ein Spielzimmer, wir fahren öfter mal in Urlaub, ich bin, als ich ein Kind war, das war, okay, ab in die Heimat, sechs Wochen Sizilien mit dem Auto runter, so und dann sitzt du erst mal 30 Stunden im Auto, ja, das war, und ich habe einfach erkannt, erkannt für mich in meinem Leben, dass nichts im Leben selbstverständlich ist, ja, also, egal was wir tun, egal was wir brauchen, es ist nichts selbstverständlich, sondern es ist immer an irgendwelche Menschen angekoppelt, die dir die Möglichkeit geben, dich zu entwickeln, dich zu entfalten, oder du gibst gewisse Möglichkeiten und so wie ich Wertschätzung meinen Mitarbeitern gegenüberbringe, erwarte ich natürlich die Wertschätzung auch zurück, nicht mit, jo, ich mache jetzt zwei Stunden am Tag länger, das ist für mich keine Wertschätzung, sondern ich möchte Vertrauen aufbauen, ich möchte respektvoll, dass man miteinander umgeht, dass man mit den Kollegen vernünftig umgeht, dass wenn die Firma jemanden braucht, auch in schweren Zeiten, ja, dass der Mitarbeiter zu einem steht und nicht direkt irgendwie geht und das ist, finde ich, der entscheidende Punkt und deswegen ist Kommunikation eines der wichtigsten Punkte in einem Unternehmen, wo du viel mit Mitarbeitern kommunizieren musst, ja, vor allen Dingen im Handwerk wird ja tagtäglich 30, 40 Mal angeruft von den Mitarbeitern und ich sage immer zu meinen Teilnehmern, hey, meinst du, dein Mitarbeiter will dich 20 Mal am Tag anrufen? Nee, dem gefällt das auch nicht. also warum ruft er dich denn an und wie kannst du ihm gewisse Sachen ja einfach auch zur Verfügung stellen, sodass er sich freier dadurch fühlt, selber Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, das gibt dir ja auch eine, das gibt dir ja auch eine Wertschätzung dahinter, wenn ich meinem Mitarbeiter sage, hey, ich möchte, dass wir das und das angehen, so und du sollst selber die Entscheidung treffen, was in deiner Abteilung gut ist für deine Mitarbeiter oder für unser Marketing oder für unser Brand, das zeigt den Mitarbeitern, hey, ich werde hier wertgeschätzt, aber das erkennen wir oft ganz, ganz, ganz oft nicht. Darf ich zu deinem Punkt noch was sagen? Du hast gesagt, das Monetäre oder das Geld ist ja kein Ausdruck von Wertschätzung. Dazu, ich würde eine Ergänzung machen. Ja. Ich nicht. Wir haben vorhin von unterschiedlichen Charakteren gesprochen und davon, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Für manche Menschen ist tatsächlich das Gehalt und das entsprechende Geld, das sie damit bekommen, ein Zeichen von Wertschätzung. So. Ich glaube, wir machen manchmal den Fehler, ich habe so den Eindruck, dass wir das, was für uns etwas bedeutet, egal ob das jetzt Wertschätzung ist, Respekt oder gesehen werden, irgendetwas, dass wir unser Verständnis davon gerne auf andere übertragen. Das heißt, weil ich das so empfinde, weil für mich die persönliche Entwicklung wichtig ist, weil für mich die Weiterbildungsmöglichkeiten wichtig sind, weil für mich so das Persönliche und der Teamgedanke wichtig sind, heißt das nicht zwingend, dass das für andere den gleichen Stellenwert hat. So, und da entstehen manchmal in der Kommunikation Missverständnisse. Wenn man jetzt als Chef zum Beispiel sagt, hör mal zu, ich habe doch hier für meine Mitarbeiter, ich habe das größte Weiterbildungsprogramm, das man sich in der Branche überhaupt vorstellen kann. Das gibt es sonst nirgends, hat keiner unserer Konkurrenten. Wir haben hier Möglichkeiten für Persönlichkeitsentwicklung, für dies und für jenes. Und der Mitarbeiter ist so undankbar, dass er das überhaupt nicht sieht. Also, dass dieses wirklich tolle Angebot, dass das gar nicht gesehen wird. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass diesem Mitarbeiter ganz andere Dinge wichtig sind. Dass vielleicht für den wichtig ist, dass er auf der Visitenkarte einen bestimmten Status stehen hat, dass er ein Firmenauto fährt, dass er vielleicht 100 Euro im Monat mehr bekommt, dass er beteiligt wird an irgendwelchen Gewinnen. Also, Dinge, die für uns vielleicht nicht so wichtig sind, die für jemand anderen aber doch ein Antreiber sein können. Und da, glaube ich, müssen wir immer vorsichtig sein, zu sagen, es ist nicht das eine richtig und das andere falsch, sondern es sind unterschiedliche Motive, die Menschen haben. Und da sind wir so ein bisschen geprägt auch, das kommt in diesem Satz so schön zum Ausdruck, wir behandeln andere Menschen so, wie wir selbst behandelt werden wollen. Ja. Und das ist in der Kommunikation ein großes Problem, weil wir müssen andere Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden. Toller Satz. Das ist wirklich super. Toll, Haller, du bist mega. Ja, ja, total klar und diese Sachen, also die Erkenntnis daraus zu ziehen, ja, dass man so mit Menschen umzugehen hat, das kann für einen persönlich total der Gamechanger werden, ja. Und genau, genau das, also genau das ist der Schlüssel um Mitarbeiter oder mit Mitarbeitern nicht nur auf einer, ja, ich bin hier oben, du bist da unten auf einer Ebene zu arbeiten, sondern auf Augenhöhe zu arbeiten, nichtsdestotrotz, weißt, musst dein Gegenüber wissen, okay, die Verantwortung hängt aber trotzdem irgendwie noch beim Chef, aber ey, ich höre dir zu und mir ist wichtig, was du von mir willst. Ja, und jedes Mal, wenn ich Gespräche, Mitarbeitergespräche führe, fange ich das auch immer so an, also ich fange nie irgendwie ein Mitarbeitergespräch an, in dem ich sage, so ja, das war doof, das war doof, das war doof, sondern hey, erzähl mir doch mal, wie hast du dir eigentlich die letzten drei Monate gefühlt, was fehlt dir eigentlich, was erwartest du eigentlich von mir, so dass ich halt mit einem positiven Feedback da reingehe und sage, so hey, mir ist wichtig, was du von mir möchtest und wenn ich dir, wenn ich die Möglichkeit habe, dir das auch zu bieten, dann tue ich auch alles dafür, ähm, ähm, dass du das auch erhältst. Ich habe einen Mitarbeiter, Mitarbeiter der ersten Stunde, ähm, der, ist eher so introvertiert, ja, und arbeitet lieber am PC und macht irgendwelche Kampagnen anstatt mit einem Menschen, äh, also der ist nicht so gern unter Menschen, ja, als, als Typ Mensch. Jetzt war es aber so, dass wir anfangs ja nur vier Mitarbeiter hatten und ich ihn auch natürlich als Coach brauchte, ja, und der hat sich darauf auch eingelassen, hat gesagt, hey, ich öffne mich dafür und ich werde diesen Schritt gehen, weil das bringt mir in meinem Leben ja auch etwas. Sein Wunsch war es aber immer zu sagen, hey, wenn wir größer werden bei der Handwerksschmiede, ist es mein Wunsch, dass ich Stück für Stück aus dem Coaching rausgezogen werde, dass ich mein eigenes Ding mache und, ähm, ja, so, äh, und eher mit meinem PC, äh, kommuniziere und meine Sachen mache und das war jetzt ein langer, langer Weg, ja, und ich habe auch nicht gesagt, ja klar, machen wir sofort, sondern ich habe halt gesagt, hey, ich verstehe das total und ich wünsche mir das auch für dich, aber hey, du musst mir helfen, diesen Status oder diesen Status Quo, den du haben möchtest, den musst du dir hier selber erarbeiten, das heißt, die Mitarbeiter, die in deiner Abteilung nach dir kommen, die musst du dorthin bringen, sodass sie sie, dass sie dich ersetzen können in dieser, also in dem Bereich, sodass ich dir die Möglichkeit geben kann, ja, auch deinen Traum zu leben, ne, und, und die meisten machen ja einen großen Fehler, ein Mitarbeiter fordert etwas, ja klar, mache ich, ja, und dann aber erwartet der Mitarbeiter auch, dass du machst, aber du als Chef hast das gar nicht in der Handhabe, gewisse Sachen, ja, anders anzugehen, denn du brauchst ja jemanden, der nachkommt, um diese Stelle zu befüllen und deswegen mein Tipp an alle Zuhörer jetzt auch hier oder Zugucker, wenn du Mitarbeitergespräche führst, dann kannst du dem Mitarbeiter vieles eröffnen, auch einen Weg eröffnen, aber am Ende erarbeitet er sich diesen Status, den er bei dir im Betrieb haben möchte, eigentlich selber, indem du dem, ja, den Weg ebnest oder die Türen öffnest, diesen Weg zu gehen und dabei unterstützt, oder wie siehst du das? Ja, und um diesen Weg zu gehen muss man die Erkenntnis mitbringen, dass man selbst ersetzbar werden muss und das ist für viele Menschen schmerzhaft, weil ich mache das doch so toll und ich bin so einzigartig und eigentlich kann nur ich genau diese Stelle besetzen, das kann doch außer mir gar niemand, doch das können sehr viele Menschen, wenn wir sie dazu bringen und das ist so die Kernaussage für mich von Leadership, die kommt von Simon Sinek, einem amerikanischen Führungsexperten, der sagt, Leaders create more leaders, not more followers. Das heißt, die Aufgabe eines Leaders, einer Führungskraft, ist, dass sie weitere Leader erschafft, weitere Führungskräfte und nicht, dass sie einen nach dem anderen Follower ansammelt und die eigene Abteilung immer größer wird, sondern man muss eigentlich die eigenen Leute befähigen und ermutigen, dass sie mehr oder weniger, um es auf den Punkt zu bringen, besser werden als wir selbst. Ja, toll, super. Letzte Frage. Ja. Dann haben wir es für heute auch geschafft. Welchen Tipp kannst du geben, um sich ja selber persönlich weiterzuentwickeln? In der Sache Kommunikation, in Sachen Führung, Mitarbeiter mit einzubeziehen? Ja. Ich glaube, der größte Hebel, den jeder von uns hat in der persönlichen Weiterentwicklung, ist, dass wir andere Menschen um ihre Wahrnehmung, ihre Perspektive in Bezug auf uns selbst fragen und uns dann hinsetzen und ernsthaft zuhören. Ich glaube, das machen so wenige Menschen, sie haben ihre Selbstwahrnehmung. Du hast vorhin beschrieben, wie du das mit deinen Leuten machst, dass du in ein Gespräch gehst und erst mal fragst, wie nehmt ihr euch selbst wahr? Was war gut? Und wo habt ihr Bedarf? Das ist genau der Gedanke, zu sagen, ich habe zum einen eine Selbstwahrnehmung, ich lerne mich selbst immer besser kennen, ich lerne meine Stärken kennen, ich merke vielleicht, wo ich mich schwer tue, also diese Selbsterkenntnis. Und die wenigsten Menschen machen sich jetzt Gedanken darüber, dass das Bild eigentlich noch gar nicht vollständig ist, dass wir nämlich andere Menschen jetzt brauchen, die uns sagen, wie wir auf sie wirken. Weil nur weil wir glauben, um beim Thema Respekt zu bleiben, dass wir ein respektvoller Mensch sind, heißt es noch lange nicht, dass alle Menschen in unserer Umgebung glauben, dass wir respektvoll sind. Wenn ich in Runden frage, sage, wie viele von euch glauben, dass sie respektvoll sind, heben mehr oder weniger alle die Hand. Und wenn ich frage, wie viele von euch ist heute schon eine Respektlosigkeit begegnet, heben auch alle die Hand. Ja, also wir erleben alle Respektlosigkeiten, aber niemand von uns will es gelesen sein. Und da ist die Idee zu sagen, vielleicht stimmt die Selbstwahrnehmung ja nicht immer mit der Fremdwahrnehmung überein. Und da offen dafür zu sein, auch wenn man mal eine schmerzhafte Rückmeldung bekommt und sagt, du hast da echt in der Situation, das war bescheuert, wie du reagiert hast, da hättest du den anderen mal ausreden lassen können oder da bist du dem über den Mund befahren oder sonst irgendwas, dann nicht zu sagen, ja nee, das stimmt doch nicht, jetzt gleich in eine Rechtfertigungshaltung zu kommen, das eigene Verhalten zu begründen, sondern schlicht und ergreifend dem anderen zu signalisieren, dass man dankbar dafür ist, dass er diese Wahrnehmung geschildert hat. Mega, top, richtig cool, Hanna. Danke für diese tollen Worte, das war ein super Podcast, kurz, wahrscheinlich kurz, also 40 Minuten, aber da gab es schon einen richtig fetten Input. Wenn du unseren Podcast verfolgst, ist es so, dass wir hier ein Podcastbuch haben, und wir schreiben immer eine Frage auf des vorigen Podcastgastes, ja, du kannst jetzt hier nichts reinschreiben, du kannst es aber in den Chat reinschreiben und ich werde das dann für dich übernehmen, aber ich stelle dir jetzt erstmal die Frage meines vorigen Gastes und die lautet, was war dein Beweggrund, das Unternehmen zu gründen, was du jetzt hast? Also ich glaube, ich habe in meinem Leben sehr viele Facetten von Respekt kennengelernt, am eigenen Leib. Ich war ja auch mal, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich, Angestellte und habe meine ersten Berufserfahrungen nach dem Studium gesammelt und habe sehr unterschiedliche Führungsstile kennengelernt. Ich habe wirklich die gesamte Bandbreite abgedeckt bekommen, von dem, was sich wirklich niemand wünscht, wo man mit Bauchschmerzen und mit Angst jeden Tag zur Arbeit geht, hin zu dem ganz großen Vorbild, wo man sagt, so möchte ich später auch mal sein. Und ich habe gemerkt, was für ein Schmerz das in mir verursacht, wenn ich Respektlosigkeiten begegne. Also sowohl, wenn die mir zugefügt werden, als auch, wenn das im Rahmen von anderen Menschen passiert, wenn die das erleben müssen. Und ich habe mir vorgenommen, das weiß ich, es waren ein paar Situationen, wo ich gesagt habe, das werde ich nie dulden, dass ich so etwas noch einmal sehe oder dass ich so etwas in irgendeiner Form mit zu verantworten habe. Und das waren so ein paar Knackpunkte, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass es besser geht, ich sehe, dass es besser geht und ich möchte dazu beitragen, dass sich da tatsächlich auch was verändert. Super. Toll. Danke dir, liebe Hannah. Du bist eine ganz tolle Frau und mir macht es immer mega Spaß mit dir zu sprechen, dich dann auch zu sehen. Du bist so herzlich, also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Unbedingt der Hannah. Folgen auf Insta, LinkedIn, wo auch immer. Vernetzt euch mit der Hannah. Wenn ihr in Sachen Kommunikation jemanden braucht, sprecht da Hannah an. Also die kann euch da wirklich sehr, sehr gut helfen. Vielleicht kannst du beim nächsten Kongress nicht nur Moderatorin sein, sondern hältst vielleicht eine kleine Keynote von 30 Minuten in Sachen Kommunikation. Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Das ist tatsächlich auch, wenn wer jetzt zuhört, wer zum Beispiel für den Jahresauftakt oder für ein Firmen-Event oder sowas einen Impulsvortrag möchte zu machen. Das gibt es auch. Ja, sehr cool. Meldet euch auf jeden Fall bei der Hannah. Macht super Spaß mit ihr. Mega authentisch und sehr herzlich. Hannah, vielen Dank. Das war es für heute. Danke für deinen wertvollen Input. Jeder, der da jetzt zugehört hat, ob Handwerker, Mitarbeiter und du sagst, hey, mein Chef braucht unbedingt so jemanden und muss unbedingt mal in die Podcast-Folge reinhören. Unbedingt reinhören. Ja, ihr kennt das hier. Folgt mir einfach bei YouTube, LinkedIn, Facebook, Podcasts. Wir hören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach bei uns melden. Wir können da einfach ganz easy kommunizieren, also keine Angst vor uns haben. Vielen Dank, Hannah. Schön, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören voneinander. Danke dir. Ganz lieben Dank, lieber auch an dein Team. Herzliche Grüße zu euch. Danke. Ciao.